So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us. Und ich würde sagen... Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Oh oh. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es was bringt, wenn man... ...zweimal die gleichen Poster untereinander... Was? Fucking Dightik? Ach, Pic. Okay. Das fand ich damals schon zu cool. Dass man überall was lesen kann. Das ist wirklich... Öh. Dein Ernst? Okay. Hoah. Es geht nicht doch... ...immer noch sehr sch... Ähm. Nein. Ich bin nicht infiziert. Es ist falsch. Bitte. Ähm. Wirklich. Ernsthaft. Scheint gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Was zur... Alter. Oh Mann. Na ja gut, wir müssen... Wo müssen wir hin? ...Warehouse. Irgendwas. Die ganze Truppe? Ich hab uns Papiere besorgt. Ich hab gehört, sie sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Wenn wir die Kontrolle sind, versprengt. Okay. Weiterfahren. Was ist das? Muss ich daher oder muss ich daher? Ah, ich muss daher. Ich muss daher. Oder auch nicht. Gut. Checkbound House 5. Hm. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuch einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Oh, Alter. Okay. Fireflies, Fireflies. Gab's da eigentlich mal eine Serie, die sie hieß? Achso, und jetzt kann ich nicht mal rennen. Weiß, kann ich gar nichts mehr rennen. Soviel zum einfachen Weg. Verarzt du dich, okay? Hä? Hab ich was abgekriegt? Medikit, verarzt du deine Wunden mit einem Medikit-Pick. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. So, Falltaste nach oben. Medikit ausrüsten, dann R2 gedrückt halten, um zu verbinden. Machen wir das doch mal. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Okay, unten rechts der blaue Balken ist... Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Oh, nee, das hört sich gefährlich an. Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Ich bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Wir auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Ha. Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Alles klar. Tschüss. Es gibt übrigens noch... Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Definitiv. Es gibt übrigens eine manuelle Speicherfunktion. Was ich sehr begrüße. Schöner als Checkpoints. Wir sind dran, ich... Wie sieht's aus? Es braucht sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Schön. Ernsthaft. Joe, hilf mir mal damit. Alles klar. Wirklich sehr detailreich. Dass die Bücher sogar umkippen. Seid vorsichtig da draußen. Si, Senor. Öh. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. Oh. Okay, wo sind wir? So, unser Zeug. Gibt's hier irgendwas, aber... Ich glaube eher nicht, ne? Ne, unser Zeug. Wo ist unser Zeug? Okay. Okay. Okay, so ein kleines Untergrundlager. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Cool. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut gehen. Ich schätze, das muss reichen. Ohne Bewaffnung geht hier, glaube ich, gar nichts. Okay. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Jawohl. Wo denn? Ach, da. Okay. Bereit? Ja, Mann. Na los. Okay. Ab nach oben. Gut geschafft. So. Hoffen wir mal, dass hier alles ruhig ist. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ja, natürlich. Ist das eine Fangfrage? Haben wir eben gesehen. Hier gibt's nichts. Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwie luken kann oder so. Ich bin absolut... Sagen wir einfach, ich bin ein absoluter Neuling. Wieder. Hier gibt's nichts. Da kann man raus. Ah, schön. Die Sitzbänke sind alle schön famost. Das ist ja famos. Haha. Entschuldigung. Okay, das sind Müller immer. Wenn man looten könnte, hätte man den looten können. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Schick. Sehr schick. Definitiv. Wo ist die Leiter? Sie muss ja hier irgendwo sein. Das macht Sinn. Kann auch nichts machen. Was haben wir da? Tutra, Trim, 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 Fram. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hey, probier's doch mal da drüben. L3. Ah, alles klar. Eine Leiter. Hab sie. Zufällig brauchen wir eine. Okay. Ladies first. Genau. Dann wirst du zumindest... Du musst mich wohl verwechseln. Zuerst abgeknallt. Alles ist relativ. Hier lang. Okay. Also das gefällt mir wirklich. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Das gefällt mir wirklich verdammt gut. Oh. Oh, looten. Oh. Oder auch nicht. Aber da. Oh. Ah, okay. Um Waffen zu verbessern. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Aber ich glaube, Essen und so braucht man nicht, oder? Ich schätze nicht. Ich schätze nicht. Ah. Okay. Schön. Da vorne hängt die Taschenlampe. Da ist noch was. Das nehmen wir doch direkt mit. Was ist das? Firefly-Anhänger. Firefly-Anhänger. Ansehen. David Michael... Vigil. Umdrehen. Okay. Ah, okay. Na gut. Das, äh, ja. Interessant. Ja, rauf geht auch schlecht. Nein. Bücher. Ist natürlich noch die Frage, ob die Taschenlampe, ähm... Sporen. Batterien verbrauchen. Okay, das machen die automatisch. Das ist gut. Wo zur Hölle kommen die her? Sie war es hier sauber. Sie kommen irgendwo raus. Pass auf. Und wo? Okay. Ne gut, dann sind die Sporen, also... Entweder tödlich, oder... Für die... Da liegt ja der Grund. Ah. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay, hat der nette Herr irgendwas dabei? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das... Äh. Okay, also... Ähm. Okay. Aus dem netten Herrn ist etwas rausgewachsen. Hier sollten wir es euch... Moment. Entschuldigung. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Ja, das kann natürlich passieren. Aber hey. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hält mir. Meine Maske ist kaputt. Ja, nee, dann ist... Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Oh, nee. Echt jetzt? Der ist doch hilfsbedürftig. Ach, scheiße. Muss ich denn da schießen? Gehen wir. Oh, fuck, ey. Kann man ihn irgendwie, ähm... Looten? Ne, ne? Kann man gar nichts looten. Außer Schubladen. So, ich ziehe noch was Feines. Ne, hier ist nichts. Nichts. Wo muss ich denn her? Gibt's auch nichts. Tja. Und hier? Alles klar, hier gibt's auch nichts. Und damit hat sich dann noch die Frage erledigt, wo wir her müssen. Geht er weg. Geht er weg. Irgendwas drin? Nein. Da fahr'n. Da hat er... Sch, sch, sch. Ernst, grütteln, verlauschen wir los. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier. Beziehungsweise drei von denen. Okay. Anschleich. Äh. Ach, Menno, ey. Oh, Mann. Alter. Sel, und du hast wieder geschossen, wirklich. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Okay, also, wir haben einen sehr heftigen Schlag. Gut. Boah, ich hoffe echt, dass Items und ganzen Gegenstände irgendwie doch angezeigt werden und sichtbar gemacht werden. Ansonsten kann ich jetzt schon dafür garantieren, dass ich die Hälfte irgendwo liegen lasse. Und ich werde wahrscheinlich auch so, wenn die angezeigt werden, ähm, ja. Okay. Okay, die verbrauchen aber alle nichts. Also, diese Fähigkeit verbraucht nichts. Die Taschenlampe glaub ich auch nicht, ne? Hier muss ich da rein, oder? Ne, muss ich nicht, aber hier gibt's was. Das ist schön. Das gefällt mir. Und das war auch schon alles. Gut. Dann würde ich sagen, kann man hier irgendwas looten? Nein. Gut, Treppe hoch. Tja, Apokalypse, ja? Oh Mann, ey. Ist sowas vielleicht wirklich irgendwann mal möglich? Oder vielleicht jetzt auch schon in so einem Virus? Ich meine, Bakterien und Viren werden ja immer, immer resistenter gegen Medikamente. Nachricht an Bruder ansehen. Okay. Ähm, ich mach's genauso wie bei... ...Metro. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Töpel, die unbedingt dort leben wollen. Ähm, wie bei Metro. Ihr könnt das Spiel einfach pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Ich werde das jetzt alles nicht lesen. Ich werde es mir im Nachhinein nochmal durchlesen und durchgucken. Das ist ja eigentlich immer nur so Storys von, von außen stehenden. Äh, frische Luft. Äh. Ja, super. Frische Luft und ab ins grüne Wasser. Alter. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Äh. Hey, wenn sie nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Ja, das stimmt. Ich werde mal eben speichern. Ja, ja, speichern. Speichern. Sehr schön. Gut. Weiter geht's. Obwohl, sie will daher. Also gucken wir uns hier vielleicht mal um. Da. Okay, Müll kann man nicht looten. Das ist sehr schade, weil ich loote gerne Müll. Auch in, äh, anderen Spielen. In Spielen, nicht im wirklichen Leben. Also, das ist, äh, ne? Das hat... Warte mal, lag da was? Oder war das nur eine Reflexion? Das war eine Reflexion, glaube ich, ne? Gott, schwieriges Wort. Okay. Hier lang. Sicher den Eingang. Geh klar. Okay, so schwer sind diese Paletten jetzt auch nicht. Okay. Was haben wir denn da? Hier hat wer geschlafen. Was mich immer wundert, bei so Zombie-Filmen und Zombie-Spielen, warum... Von Bewegung bis zu klettern. Ja, das weiß ich doch. Das wissen wir doch schon. Ähm, warum werden die Tiere nicht, ähm, infiziert oder so? Ich hole es. Irgendwie so Zombie-Ratten, Zombie-Mäuse und das alles. Zumindest hier in so einer Stadt. Jetzt habe ich gelabert. Was soll ich holen? Scheiße, ich habe nicht zugehört. Ganz doll. So. Looten. Irgendwas. Irgendwo irgendwie. Was ist das? Keep hands out of machinery. Ja gut, äh... Klingt für mich jetzt doch schon irgendwie logisch. Ähm, warum bin ich jetzt hier? Ach da. Ich dumm batz. Hey, gibst du mir das Brett? Welches Brett? Ach so. Oh. Ähm. Ja. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Reich ist rüber. Ich bin dabei. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Gut. Und wir können doch hier bestimmt wieder nach oben, oder? Ach, sieh an. So. Aufstehen. Ich bin schon oben. Gott. Also dafür, dass hier irgendwie so ein Virus umher düst und alles verseucht ist, ist es hier wieder verdammt grün. Ich muss mal sehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Aber naja. Wir wissen ja, dass die Welt ein wenig grüner wäre, wenn der Mensch nicht mehr so repräsentativ wäre oder nicht mehr so in hohen Zahlen vorkommen würde. Tja. Ach so. Also es macht wirklich Spaß, sich hier dauerhaft umzusehen. Also. Wirklich. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert. Wirklich. Topspiel. Also wenn ihr den Entwicklern was Gutes tun wollt, äh... Kaufen. Keine Empfehlung. Befehl. Wirklich ein super Ding. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Wischmopp. Ja, theoretisch könnte man den mitnehmen und... Wir brauchen sie noch. Ja, lass mich erstmal hier ein bisschen gucken. Gucken. Okay. Ayikaramba. Vier Kugeln. Das ist ja der Wahnsinn. Einmal nachladen, bitte. So. Sonst ist ja nichts. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Alles klar. Gib das, kleiner Junge. Du schaffst das. So, haben wir hier noch irgendwas? Alles klar. Auf, auf und ab. Auf, auf und ab. Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 nein. Nicht jetzt, okay, kann ich machen. Wirklich? Oh, kleine Doggies. Ach, komm schon, Hunde. So ein kleiner, kleiner Hund. Was gibt's denn da Leckeres? Ja, ist okay. Da gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Pff. Dann halt nicht. Gott. Wer bist du? Okay, das weiß er anscheinend selber nicht. Alles klar. Gut. Ich will aber so einen Hund haben. Komm schon. Komm schon. Oh. Knuffige Dogdogs. Gut, ähm, ja. Egal. Bevor wir jetzt hier weitergehen zu Robert. Ich glaube zu Robert. Ja. Ähm. Beende ich die Folge hier. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe echt, dass ihr noch weiter dranbleibt. Und ich hoffe auch, dass mich einige echt unterstützen und, dass euch die Videos gefallen. Naja. Tja. Dann würde ich echt sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.